Gegen Jansommer Komm schon Jansommer? Jansommer Jansommer JAS! JAS! Erhebt ihn! Erhebt ihn! Viertes Finale! JAS! 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 Viertelfinale! Viertelfinal! Alte! Alte! Schwyz ist im Viertelfinale! Alte! Ey! Wir sind alle Scheisse im Viertelfinal! Wir haben den Weltmeister besiegt! Die Schweizer sind im Viertelfinale! Wahnsinn! Wahnsinn! JAS! JAS! So muss das sein! So muss das sein! Heute wird Geschichte geschrieben! Zum ersten Mal qualifiziert sich eine Schweizer A-Nationalmannschaft für den Viertelfinale für den Viertelfinale einer Änderungen! Doch die Art und Weise wie man sich qualifiziert hat! Wahnsinnsspiel! Klasse Spiel! Verdient! Wir haben den Weltmeister besiegt! Wir sind im Viertelfinale! Freunde! Lasst ein Like da! Schreibt einen Kommentar! Was für ein Spiel! Wahnsinnsspiel! Ich gehe jetzt schlafen! Wahrscheinlich wird jetzt draußen gehupt und alles! Wahnsinn! Ey! Ich kann es nicht fassen! Wahnsinn! Wir sind im Viertelfinale! JAS! JAS! Freunde! Abonniert! See you in the next video! Bye!